Der nächste Tor. Super Abschluss. Brian Behrendt, wenn ich das richtig sehe. Genauso ist es. Der Brian schlägt zu. Keine Abwehrmöglichkeit für Andreas Hürzel. Und wir haben eben gesehen, der scheut keinen Zweikampf. Der langt auch mal vor dem eigenen Strafraum ordentlich hin. Aber der definitiv auch Abschlussqualitäten. Was eine Direktabnahme. Gar nicht so easy. Den so platziert, da unten links einzuschweißen.